Outtakes, Outtakes. Sieht gut aus? Natürlich. Maske? Ja. Denn dort wird das Auto dann... Mensch! Hau ab! Ach, der wird schon wieder klauen. Geh, geh! Hallo, ich bin sehr genervt. Mann, ich krieg den Traum, Alter. Willst du das Böse gucken? Ich raffe es nicht. Da. Ich habe es nicht. Nein! Ich raste aus! So kann ich nicht arbeiten. Ich war hier mit bei den Projektwochen. Oder was ist das genau? Was? Und ich mach hier beim... Ich habe es heute schon fünfmal gemacht. Du Sau! Und so weiter. Alles, was ich schmecken kann, wird noch weiterverwendet. Ganz tief im Herzen können wir nicht alle Sau merken. Deine Mutter! Deine Mutter! Ich bin Instrument! Yes! Auf der Musikmesse dreht sich nicht alles nur... Und jetzt kommen wir ins Fernsehen oder was? Aus der FCN! Auf der Musikmesse geht es nicht nur um Instrument und Musik. Nein, es geht auch um... Was soll ich so sagen? Das ist einfach eine Glatze mit Rot. Und das... Ja. Und gedacht, wer es nicht machen möchte. Entschuldigung, das bin ich. Danke. Ich bin noch was bezahlt. Peace, peace! Das Witzige ist, dass der Kollege von einem Stockwerk Giefer... Total lustig. Quartiere! Quartiere Osho! Hi, Oma! Uro! Hi, Oma! Wenn es am schönsten ist, sollen wir dann auch bekanntlich gehen. Vielen Dank! Ja! Scheiße! Jetzt ist es vorbei! Hier ist deine Rockgarantie! Rockfun!